Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia? Aber... Konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda... Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus! Und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Evelyn. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Scheiße. Aber ich habe es auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Hm. Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Drei Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Drei Jahre zu lang. Wir kriegen Sie was. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die müssen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein. Das ändert gar nichts. Miranda töten. Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Ach so. K-Nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her, seit unserem letzten Einfluss. Ich bin an der Tötern und Rose retten. Ähm. Ich habe das Beobachten satt. Bin für Eichheit gerustet. Meine. Dann wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass Sie sich in mir verwandeln, Gott, ist echt krass. Wartet kurz. Die sind am Räden. Fünftreffen zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. So, jetzt. Also, ich denke, dass, äh, einfach, dass, ähm, Rose Evelyn ist. Und dass Ethan mit dem Pilz noch infiziert ist. Das ist meine Vorahnung. Aber er ist ja jetzt tot. Deswegen verstehe ich das nicht. Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen bei uns. Ah, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Bio-Waffenausschau. Gott, oh Gott. Verstanden. Chris Redfield jetzt zu spielen, ist ein geiles Feeling. Und lol. Mit Ethan muss ich 10.000 Kugel draufbauen. Mit Chris Redfield schieße ich einfach so mal. Oh, die sind tot, oder was? Ihr wollt mich verarschen. Na gut, er ist halt, ne? Oberbabbo. War er schon immer. Ja, der war schon immer Oberbabbo. Der hat auch ein paar Waffen. Oberbabbo einfach nur. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Gut, damit seht. Dort finden sich mehrere Waffen. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Ich kann euch leider nicht vorlesen. Wenn ihr da seid, schreibt in den Chat. Weil es ist ein Live-Let's Play. Und da habe ich die Alerts ausgeschaltet. Fuck. Weißt du, ich muss mit den Dings, muss ich ewig draufballern. Angmar, ich grüße dich meiner. Alles gut? Also, was sagt ihr zu meiner Vermutung? Ich habe dir gar nichts drauf gesagt. Ihr solltet ja nicht richtig oder falsch sagen, aber... Es kommt immer mehr dieser Bäume. Gönnung. Granaten habe ich auch. Als ob er nachtig Gerät dabei hat. Was ist noch ein Werwolf? Du Wichser! Schreck mich nicht so! Komm schon, wie viele kommen denn da noch? Aua! Von wo? Plausibel? Da bin ich zufrieden. Oh! Leute, 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 Leute! Äh! lukana morgen vertreibt oder lukana morgen vertreibt kummer und sorgen aller sage ich nur dazu ja es ist wunderschön nur noch 430 punkte für was rem position ist der groß ok ich mag hier das ziel alles klappt so eine autogramm karte es ist schön sozial 2.000 karte gibt sich rein hat die punkte was anderes aufheben ach ich hey zu mir da hol dir doch eine ich schicke nächste woche wieder alle raus die zahl der bio waffen stand wir sollten sie besser schnell erledigen ja dann lad mal schneller ach komm halt die fresse du hast auch keine punkte eingesetzt nico oder nein hör auf dich zu schlagen war das knapp hast du ok lol dann weiß ich welche gefehlt hat dann schickt mir mal bitte dein adresse dann schickt man die direkt mit raus nächste woche ich habe einen eingang gefunden gehe jetzt rein ihr bleibt zurück ich habe den pilz mit einer probe aus dem haus der bakers verglichen und es gibt keine anzeichen für genomeditierung bei der e-serie das zeug stammt von hier ah der pilz stammt also von hier interesting das sieht nach einem bossfight aus ich bin gleich bei dir ich bin gleich bei dir bist denn du für ein babbo sehr schön gut ja auf den heil ding steht umbrella drauf Alter! Naja... Ich hab keine andere Wahl, jetzt zu warten, oder? Warte, ich muss nachladen. Du Wichser! Du Wichser! Oh, jetzt lass das! Du Wichser! Alter Schwede! Ich gehe weiter! Der Rest hat... Neuch! Bleibt oben! Bäh! Aha! Widerliches Mistviech! Ja genau, über Discord! Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte! Ich blick das alles nicht! Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit! Jetzt hat die Mission Vorrang! Da ist er! Der Megamycet! Alpha an Team! Ich bin jetzt bei Megamycet! Dann können wir das Ganze endlich beenden! Wurde aber auch Zeit! Wurde aber auch Zeit!